Ein Freund erzählte mir kürzlich von einer lustigen Methode zum Abnehmen, die er in einer Zeitschrift hörte. Als sie mir erklärte, hatte ich viele Zweifel. Es muss gesagt werden. Gary Hallowell von Spice Girls benutzt es. Sie verwendet eine sehr spezifische Methode, um ihren Körper schlank, schlank und sexy zu halten. Sophie Dahl benutzt es auch. Mit dieser Technik ging sie von 46 auf 38. Dr. Sandra Ormo zeigte kürzlich in ihrem faszinierenden TED-Vortrag, dass unser Gehirn uns wirklich daran hindert, abzunehmen. Sie halten uns zurück, aber warum? Es hat Gehirnsignaltyp Hungeralarme. Warnungen, die ihrem Gehirn helfen, ihren Körper vor Gewichtsverlust zu schützen. Natürlich haben wir in der Geschichte der Menschheit noch nie so viele leckere Speisen gesehen. Es zeigt sich, dass der klassische hypnotherapeutische Ansatz einen tödlichen Defekt impliziert. Also, was ist die Lösung? Hypnotize deinen Geist. Mit One Session fühlen sie sich satt, völlig zufrieden und ohne den unwiderstehlichen Wunsch zu naschen. Wenn sie essen, werden sie schneller zufrieden sein. Y Sie werden im Allgemeinen einfach weniger essen. Entdecken Sie das Neural Slimming System im Beschreibungslink.